Wir sind Bersi. Wir sind Bersi Roller Derby. Uns gibt es mittlerweile seit 12 Jahren und wir spielen Roller Derby, eine Vollkontaktsportart für hauptsächlich Frauen und alle, die sich so identifizieren. Ich denke, was uns so einzigartig macht, ist, dass wir wirklich mixen aus einem sehr leistungsorientierten Sport, einem competitive Sport und trotzdem darauf bedacht sind, irgendwie eine Menge zu erreichen und intersektional zu sein und alle mitzunehmen und das Angebot niedrigschwellig zu halten. Weil bei uns sehr viel Arbeit da drin steckt. Wir verbringen im Schnitt 9 bis 12 Stunden in der Halle in der Woche und wir bringen einfach Frauensport und internationalen Frauensport weiter. Wir sind alle, aber diese sind vom N auxensten. Wir sind im Schnitt 13-Waterland. die Analyse bemerksam zu haben. Wir sind ein kleines Bauch-Nas. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020